Musik Was geht ab YouTube? Ich bin's wieder, Chucky die Mörderpuppe. Nicht wörtlich, 666 Flake am Start und ich hab Yu-Gi-Oh! Dragon zu Besuch hier. Und wie ihr sehen könnt, zweimal Premium Gold Edition und die werden jetzt aufgemacht. Zwei Displays. Das sind Englisch-Versionen und fünf Pakete sind da drinnen. Erstmal analysieren, wie man die hier am besten verarbeiten. Okay. Gewalt ist immer eine Lösung. Okay, ein Booster ist immer drinne. Und mal gucken, was im Pack Nr. 1 ist. Ja, ich kann nicht mehr. Wollt an. Mhm. Tritle. Bälze. Mörsen-Pack. Nicht verkehrt. Sperre. Ja, ist schon mal ordentlich. Mirroforce hinterher Honest. аю gusta. Nice, auf jeden Fall nice. So lange das Feld aufmacht, gucken wir nochmal wo das erste ist. Das ist schon echt gut gewesen, das Pack, muss ich mal sagen. Honest, BTH, Mirror Force, richtig broken. Und hier nochmal die Gold Secret Rares. Gleich BELS im ersten Pack gehabt. Und dann geht's zum zweiten. Den Menschen, die die Köpfen nochmal sehen. Okay, Dragonecro. Hamty, Danti. Hamty, Danti. Das wird man schon eigentlich. Drakko, 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 Drakko. Null, Drakko, 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 Drakko. Drakko. Also bei Drakko kann man eigentlich so gut wie gar kein Minus machen. Nur coole Kartenzone. Ich weiß immer noch nicht, wie ich das machen kann. Vielleicht finde ich es ja bis zum zweiten, aber... Ist das nur die Zeuge da? Nein. Die anderen waren cool, die konnten mal so aufklappen. Die konnten mal einfach aufklappen, ja. Das musste dann... Ach komm schon! Nütze die Macht, Yu-Gi-Oh! Dragon! Nütze die Macht! Ich krieg die von dem Map aus! Na, was lange Wert wird gut, wie wir gerade hier gesehen haben. Wir müssen einfach mal um den Müll entsorgen. Ja. Müll wird einfach weggeschoben. Erstes Pack für Elze, nicht verkehrt. So, drittes Pack. Serial Killer. Serial Killer. Hampty Dumpty. Hampty Dumpty. Hampty Dumpty. Hampty Dumpty. Der Rapper kommt hier noch zu sein. Und da musst du ja die Pakt sagen. Hier haben wir noch... Huster, Star Wars, Trapster. Ja. Und Tanki in der Haus. Also richtig fähig. Hier der Rar. Sieht auch echt broken aus. Ich denke mal, das hat sich jetzt schon gelöhnt hier. Echt coole Korken drin. Na, Leute. Da kommt es wahrscheinlich raus. Ja. 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 Kannst du töner mal deine Videos drehen? Wenn ich morgens hab's hier. Von Lassalala. Von Lassalala. Von Lassalala. Wo ich so nicht verstört hab. So gehört sich das. Soll was ich denn. ein Thula Guardian mhm mit Euneville Star Gaga Network Chaos Diaries hier ich weiß es nicht Gold in Gold und ihr noch ein Tyro King und das letzte aus der letztes Puck Zerstörung Klingelton 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 Kupa Info Wichtige Personen rufen an und das wird abgelegt weil Videos wichtiger sind als Leben Yu-Gi-Oh! ist wichtiger als das Leben Guck mal an Erzähl doch mal den Typen davon beim Autounfall Schorn ist Was müssen wir machen? Babylon Danti 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 Icarus Aber noch ein Tanki Ok Und es wird erneut angerufen Es kann wirklich nur ein wichtiger Anruf sein Stumm Auch stumm gestellt Yu-Gi-Oh! ist sicher Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Dragon macht mir noch das zweite Display auf Wir gucken noch mal schnell durch Echt coole Kaufen In der Premium Gold muss ich sagen Findet Yu-Gi-Oh! Dragon vielleicht auch endlich heraus Wo er die Dinger zu öffnen hat Nein, du musst die Gewalt benutzen Nein, du musst die Gewalt benutzen Ich benutze das Messer Das ist mir gut wie recht Das steht für öffnen Ja Completely destroyed Also echt ne richtig coole Edition Muss ich sagen Auf zum nächsten Pack Achja dass der schwule Drache da direkt angreifen kann Ja der schwule Drache da direkt angreifen kann Genau Oriyamo Chaos Rank Up Sliper in der Haus Da haben wir schon zwei BTH Rote Sorge Nicht verkehrt Vier Packs noch Obelisk Fragezeichen Obelisk Was nehmen wir noch an Obelisk Ist das Clayset verkauft Aber behalten Hier schaut sich auch schon aus Ja Ja Kann ich einfach Rohr Bis jetzt auch nur ein Bezel ja? Bis jetzt nur ein Bezel ja Na Wollen wir auf dem Zweifel Genau das gleiche ja Wie soll das sein? Sieht aus wie unser aller allererstes Pack Ja da ist auch wieder Deaths Voice gab Auch wir U-Ton Ne ist nicht Darf ich schon sagen Hast du gleich warten Dann kannst du gleich ansetzen Anordnung Ja Ja Mhm 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 So Drittletztes Pack Gucken wir was da noch drin ist Ja Das brauchen wir nicht Mögen 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 Nein Ja Okay Oke Ja Und was stimmt nicht wird 생 serious Oh Tanki Placer zusammen Probieren er sich auf Jetzt wird es lang am Professionellen mit dem Öffnen hier. Ja, ja, das ist von mir. Ich glaube, das ist ja auch knapp für meinen Müll. Müll, Berge wachsen. Ich bin auch nicht vorletzt, ja. Pink Air Dragon. Pink Air Dragon. Ich bin ein Mensch, wie ein Mann aufhören. Chaos Atlantis. Chaos Strings. Obelisk, in der Haus, in der Haus. Jawohl. So ein Glück muss man haben. Auf zwei Displays, alle drei Götterbästchen. Sieht man das noch nicht? Ja, den sieht man noch. Berge, Jinso und Karius liegen auch immer hintereinander im Pack. Und die letzte Karte ist immer der Tiger King. Was geht denn eigentlich? Nein, du hast... Nein, die waren nicht so vertreten. Aber dafür hast du alle drei Götterbästchen und zwei Bäschen. Gut, eigentlich. Das ist schon mal sehr vernünftig. Lexus Pack, YouTube. Gebt ihr Likes und Kommentare hier für das coole Opening. Echt ein richtig krasses Set hier. Premium Gold, muss ich sagen. Kann ich euch nur ins Herz legen. Und im letzten Pack haben wir nochmal. Jawohl. Kein Wider, kein Lanser, aber ich habe schon mal Tänky. Auf jeden, Tänky. Das war's für heute, YouTube. Gebt Likes und Kommentare. Euer 666 Flake und Yu-Gi-Oh! Drang. Wie ist die Tag? Huh? Ich glaube, es sei die Tag. Erkere Telreens-Town-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton, 3CH, god созд abre.